Wir verneinen die Gier und die Pläne der Maschinenmenschen und ihres Maschinen Gottes und übergeben sie dem Gericht und der Gnade des Höchsten. Wir sind Menschen des Friedens. Wir sind Kinder des Höchsten. Die Macht, dieses Band zu durchtrennen, tragt ihr falschen Göttern nicht in euch. Es liegt außerhalb eurer Macht. Niemals werdet ihr das Leben neu erschaffen können, denn dieses ist bereits geschehen. Am Anfang aller Tage, als alles begann und so wird es immer bleiben. Eure falschen Tempel und hohen Türme werden die Zeiten nicht überdauern. Wir sind, wir sind uns dessen bewusst. Wir sind die Seienden. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.